So, jetzt aber. Alli, alli, Leute, willkommen zurück zu... Tiki macht die Handgeschleck... Handgesch... Ich krieg's nie wieder hin! Ähm, Handgelen... Handgelenkslaufe wieder an sein Handgelenk. Genau. Beziehungsweise zu Let's Go Pikachu. Ähm, 18. Part. Heute! Heute wollen wir unten hin und ich möchte mir dieses fucking Arbreit nicht mehr fangen. Und, ähm, wir... Warum ich jetzt euch reinsteine und das nicht privat irgendwie gefangen habe? Ihr werdet es noch sehen. Ich möchte... Zum einen möchte ich dieses Raps-Fans endlich mal hier weghaben. Ähm, gleich das Lock-Parfüm mal benutzen. Es gibt ja... Lock-Duft hier irgendwie in dieser Art. Halt als Item. Und, ähm... Wenn ich das jetzt mal einsetzen möchte, dann möchte ich euch das auch zeigen. Dass ich das auch nächstes Mal weiß, wie das dann funktioniert. Ich bin gleich mal gespannt. Wir probieren es auf jeden Fall gleich mal eben aus. So, ein bisschen Level. Äh, Fukada hat irgendwann noch Agilität erlernt. Bei ihm als ich ein bisschen gefangen habe, bis ich dann die Idee hatte. Ja, gut, das könnte ich vielleicht euch zeigen. Ähm... Achso, das ist ein Pummelhof. Ja, Pummelhof habe ich auch nochmal gefangen. Irgendwie zwei Stück oder so. Kann ich gleich mal eben wegschicken. So, Lock-Parfüm einsetzen. Du spielst dich mit Lock-Parfüm ein. Dann bist du ja das Duft bereit und sich aus. Okay, ich habe Parfüm benutzt. Okay. Äh... Ja, das sind aber noch keine seltenen Poko. Und ich will hier... Hier ist doch immer ein Abra rumgelaufen. Immer. Ah. Ja, okay. Das ist ein... Großes, großes, großes... Vokano. Das mich aber nicht ganz interessierte, sehe ich. Also, das ist nicht ganz so in meinem Interessenbereich. Aber gut, was soll's. Wir wollen ja hier noch Poko empfangen. Ich will nicht das Abraham. Mann. Wie lange wirkt der Schutze überhaupt? Wird mir das angezeigt? Möbelwindler? Nee. Lass mal. Nee, du rechst. Level 26? Wunderbar. Wunderbare Sache. Ja. Ähm. Ja, gut. Danke. Äh... Komm, hier ist doch Ingo. Hallo? Hey, Mann. Hey, ich hab's nicht geschafft. Wow. Das war echt knapp. Und ich hab nur Wendung geworfen. Mann, ich muss mich hier nicht so versteifen, wenn ich die Poko empfangen möchte. Und vor allem, sie brechst auch noch aus. Wow, wie lang... Wie lang, wie lang ist das denn? Äh. Komm. Bleib drin, der verdammte Axt. Da-da-bam-bam-bam-bam-bam. Ich hab so das Gefühl, dass Abbrechen hier sogar noch schwerer ist, als in den Originalspielen. Äh. Na gut. Was soll man machen? Ich will eins haben. Und es kommt einfach keins. Das sind einfach alles Poko, die ich nicht brauche. Hat hier... Hier waren noch welche. In dem iPad hatten wir noch hier welche gesehen. Wie lang wirkt das Ding? Wie lang wirkt dieses Schutz? Äh, dieses... Boga... Ähm... Es ist alles, das ich brauche. Komm, komm, Abra. Komm, sei lieb zu mir. Ich brauche Du. Das ist kein. Das sind alles keine Abras. Ja. Ich habe hier noch welche gesehen. Mal, irgendwann. Hallo? Ah. Ah. Ach, komm. Ah, dieses Ratz hat es da. Der Ratz hat es mal ein bisschen aggressiv. Ach, komm, hier. Flühen, flühen. Ja, danke. Ich brauche keine Pummelus. Fein, fein. Ich bin ein Zombie. Hey, ich bin ein Zombie. Oh Gott, das ist ja gar nicht meins. Hey, nein. Vokado, aus. Böses Vokado. Komm, hier. Ein paar Bonbons für meinen Vokado wahrscheinlich. Das ist ja gar nicht. Der ist im Kahn über der Gefangenen. Das ist auch keins. Die, ähm, die Pummelus. Die machen mich ein bisschen... Oh, da ist eins. Ja, ja. Bitte, 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 bitte. Bleib einfach. Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich so eine Beere hier? Das wäre, das wäre jetzt fangen wir mal so etwas ruhiger. Dass ich ein bisschen leichter fange. Hier, komm. Hier, Nana-Bäre. Hier. Komm schon, Abra. Du, du, du. Nein. Noch eine Beere. Nein. Nein, keine. Ich habe ja jetzt ein Superball. Einfach fahrbarhaft, komm. Ha. Ja, mein Abra. Geil. Geile Sache. Geile Sache, geile Sache. Und ich habe aus Versehen mein Mikrofon geboxt. Es tut mir leid. Ein bisschen tiefer wieder senken. Es rutscht immer ein bisschen hoch oder ich rutsche ein bisschen runter. Ihr kennt es ja von mir. So. Ähm. Hallöchen, Abra. Willkommen im Team. Dieses Mocker schiebt 80 Stunden am Tag. Bei der Tele- und Gefahrtipp. Bedeutet sich in Sicherheit, ohne dabei aufzuwachen. Ach Gott. Wir haben ein Abra. Das ist eine coole Sache. So, jetzt habe ich schon so Hälftespatz erstmal mit Abra verschwendet. Na gut, was heißt verschwendet? Ich wollte es ja haben. Ich habe es für euch angenehm. In Ordnung. Na gut. Viel. Wenn ich das Ganze hier aufgenommen habe, habt ihr ja sowieso ein bisschen was gesehen von dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen cutte oder nicht. Mal gucken. Mal gucken, wie ich das mache. Wir werden sehen. Ja. Ähm. Ich möchte jetzt ins Proconcenter. Oder beziehungsweise eigentlich bräuchte ich das ja nicht. Aber wir wollen hier unseren neuen Freund reinholen. Dafür möchte ich bitte... Svetbo. Du warst... Du warst schon cool. Aber... Ich brauche ein neues Procon. Ich meine... Abra ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ja. Da kommen wir hin. Ich komme hin da. So. Ähm. Ja. Genau. Das... Äh. Das wollte ich jetzt eigentlich. Einfach nur. Und damit können wir mal eben das Team ein bisschen umstrukturieren. Focano, tut mir leid, dass du wieder nicht levelst. Hm. Ungünstig. Aber... Was will man machen? Ich will mein Team hier ein bisschen... Ein bisschen umwerten hier. Umwerten? Was ist denn umwerten für ein Wort? Keine Ahnung. So, Leute. Ähm. Aus der Pokalierung. Abra soll uns erstmal ein bisschen gleiten. Focano wurde ein bisschen abgelöst. Nein. Nein, 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 nein. Und es schwebt durch die Gegend. Oh Mann, ist das... Ist das cool. Ich bin mal gespannt, wie Kadabra uns hinterher rennt. So, würde ich heilen? Geht's meinem Team soweit? Ja, eigentlich geht's meinem Team ja gut. Eigentlich hab ich ja nicht gekämpft. Deswegen... Von daher können wir ja ganz gediegen meinen Weg. Ich gehe mir davon aus, dass Abra sowieso nur Dings beherrscht. Also nur... Nur, nur, nur Dingsbums hier. Teleport. Ich meine, auf Level 16 müsste die erste wirklich vernünftige Attacke kommen. Ich meine schon. Bin mir nicht sicher. Wir werden es sehen. Wir werden es erfahren. Auf jeden Fall geht's jetzt halt wieder auf. Auf, auf uns zum Fels-Tunnel. Mit einem kleinen Jump-Cut, würde ich sagen. Bis gleich, Leute. So, da sind wir auf gute 10 angekommen. Und wir können jetzt endlich hier zum nächsten Gebiet auftauen. Hallo? Na, Trainer? Da oben ist nochmal so ein Ass. Okay. Ab und zu versuche ich mein Glück in der Epochadaräne. Aber ich verliere immer. Das ist schade für dich. Das ist echt ein bisschen schade für dich. Mal gucken, was hat er denn? Camper Christoph fordert dich hier raus. Und er hat einen Evoli. Okay. Na gut, Evoli ist schon cool. Ja, was hat er denn? Nur Teleport. Das war mir sowas von klar. Aber gut. Soll mich nicht weiter hindern, hier weiterzuspielen. Ich meine, wir kriegen das auch ohnehin bestimmt. Ja, müssen wir ja. Aber es geht ja nicht. Das ist schon Level 17, das Abra. Ich dachte immer, dass er lernt so einen Dreh dann. Oder erst mit der Entwicklung mit Kadabra. Mal sehen. Müssen wir uns mal anschauen, denn... Oh nein! Die Attack ist voll daneben gegangen, weil es antwörbelnerftig ist. Ja. Ah, das ist so... Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Der kam auf die Idee, dass Sandwörbel beziehungsweise genauigkeit eine gute Idee ist. Okay. Okay. Es kann auch Doppelkopf. Äh, Doppelkopf. Genau. Es kann Karten spielen. Es kann auch Doppelkick. Und ich treff's nochmal. Ah, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass das komplett besiegt. Aber das tut es ja leider nicht. Das tut es leider nicht. Ähm... Versuch dich mal zu entsorgen, Evoli. Entsorgen. Ticke. Ganz nette Bezeichnung. Level 27 für Pikachu. Agilität. Okay. Ähm... Gut ein Schlag hier. Weg damit. Obwohl Pikachu schon schnell genug ist. Aber egal. Dadadadum. Anton. Pikachu. Ja, Pikachu ist gerade das Einzige, was ich da einsetzen kann. Alle anderen sind ein bisschen ungeeignet für. Ein kleines bisschen. Jem schäden soll Pikachu das Ganze mal ein bisschen reißen. Und das hat Dirk auch Schmerzen. Yay. Ja, weg damit. Weiter so. Ja, sag ich auch immer. Menno, da habe ich mich noch extra trainiert. Ja, tut mir leid, mein Kumpel. Tut mir echt leid. So. Noch mehr Poké-Bälle. Da haben wir noch mehr Poké-Bälle im Poké-Ball. Ach, Mann. Ach, komm. Hallöchen. So, mal schauen, was wir denn da haben. Du... Wer bist du denn? Trainer-Coach Julia mit... einem Quapuzzi. Okay, das ist tatsächlich... ganz nett. Also... Habt ihr es gerade gesehen? Ja, ja, Poké-Ball wird tatsächlich beachtet. Also, wie man denn gefangen hat. So, dann wollen wir doch mal Pikachu einsetzen. Ja, Abra... Ja, Abra ist im Moment noch ein bisschen problematisch. Äh, was? Ach Gott, das ist... Ich weiß halt immer noch nicht, was ich von diesen Sachen halten soll. Ich meine, das ist klar, das macht die Bindung zwischen Trainer und Poké-Ball irgendwie intensiver in den Spielen, aber es ist halt auch übelst ein unfairer Vorteil. Klar, in Online-Kämpfen läuft das nicht, aber hier ist das so... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich da verhalten soll. So. Schade, dass ich Abra nicht einsetzen kann, aber Taboga wird das schon irgendwie schaffen. So, dann... Trainer-Coach, mach mal was. Äh... Mach ich mal einen Flügelschlag. Oh nein, ein Durchbruch. Aua, das hat tatsächlich mehr weh, als es... Als ich gehofft habe. Aua. Okay, das wird tatsächlich für Taboga nichts. Ja. Schade. Schade Schokolade. Gut dann... Ja, was mach ich denn jetzt? Schillock? Schillock, würde ich sagen. Ich muss hier unbedingt mal ein bisschen aufräumen. Ihr seht zwar gar nichts, was hier... Doch, da hinten seht ihr es. Warte. Da. Da seht ihr die Bec-Doof-Tüte. Ja, das ist das Einzige, was halt schon zwei Tage bestimmt hier rumsteht. Ähm, ja. Ich bin da ein bisschen faul, was sowas angeht. Damit ist es ja nicht der Aufwand. Aber... Naja. Ich werde es auf jeden Fall nach dem Part wahrscheinlich wegräumen. Ich habe hier sowieso dann meine zwei Parts gemacht. Dann laufe ich im Moment immer ganz gut. Also zwei Parts immer jeweils ein Projekt. Wenn ich Zeit habe. Das geht ganz gut soweit. Vokalo, trau ich dir das zu? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, dass du was schaffen kannst. Wir glauben allerdings an Vokano. Du wirst schon deine mächtige Genki-Dama machen. Und dann... Ist nicht überleben. Schade. Ich habe gehofft. Ich habe tatsächlich gehofft. So. Drei von drei Pokons und down. Wir haben nur noch... Zwei. Ja, drei natürlich. Tut mir leid. Ich kann natürlich nicht zählen. Oh, wir haben auch Schnabel. Okay, dann machen wir das so. Ja, das ist auch... Zack. Weg damit. Sehr gut. Sehr gut. Level 18. So, irgendwann schon so gut. Ja. Das bin ich. Das ist TK. Okay. Das ging schnell. Ja, ich wusste noch. Irgendwo so. Level 16 sollte es sich eigentlich immer entwickeln können. Dementsprechend wundert mich das gerade nicht so stark. Hallo, Kalabra. Na? Dein Abra-Wunders-Kalabra. Wunderbar. Komm, wir sind ja schon ganz cool. Viele seltsame Dinge passieren, wenn ein Kalabra in der Nähe ist. Ohren laufen zum Beispiel rückwärts. Ziehkraft. Ja, gut. Wenigstens was zum Angreifen. Ziehstrahl. Yay. Komm, wir sind so selber. Gibt es gar nicht mehr, oder was? Ich glaube, ich habe mehr von dir gelernt als von mir. Hier deine Belohnung. Ein Durchbruch. Okay. Ja, damit hat sie mich auch ein bisschen genervt. Sie zerstört Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. Okay. Boah, ist das Ding riesig. Alter. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Äh. Hi, Kalabra. Na? Kalabra stürzt nur so voller Energie. Und es schwebt auch durch die Gegend. Ha. Okay, ich habe gehofft, dass das läuft. Das wäre witziger gewesen. Aber gut. Egal. Egal, 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 egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein ziemlich großes Kalabra. Das ist sowas von groß, Mann. Wow. Das habe ich nicht erwartet, dass es so gigantisch ist. Und den Simson erst. Also, so ein Sala wird sehr interessant. Vielen Dank für deine Geduld. Yo. Bitte komm bald mal wieder. Das werde ich wahrscheinlich immer mal tun. So. Ähm. Ja, Fels-Tunnel. Fels-Tunnel ist jetzt das nächste Ziel, nächste Etappe. Wow. Möchtest du ein Poker in die Geheimdienste? Ja. Okay, das ist tatsächlich. Aber ziemlich cool umgesetzt. Also, ich... Ich mache dir die... Ich mache dir die Idee gerade. Fels-Tunnel. Ja. Auf geht's. Poker-Freaks. Okay, hallo. Zeit für den Pokerkampf bereit. Los. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ziemlich spannend. Mal sehen, was hier so auf uns lauert. Poker-Maniac-Turm. Er hat ein Lammus-T-Shirt. Das ist jetzt schon Highlight. Also, das ist schon ziemlich cool. Hm. Gefällt mir. Also, das ist echt cool. Cool, cool, cool. Kurz. Der Kopf war so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Tut mir ein bisschen weh nach einer Zeit. Ich muss die anderen unbedingt wieder reinstecken. Ich habe die ein bisschen vertauscht, leider. Ich habe die sonst immer bei der Arbeit halt mit, weil ich sehr gerne unterwegs halt... Wenn ich denn Pause habe bei der Arbeit, dann gucke ich immer irgendwelche Netflix-Serie. Moment, ist das Puls-Off-Bear. Naja, irgendwie habe ich da auf einmal tatsächlich mehr Lust zu bekommen, als ich das erste Mal beim Gucken gekriegt habe. Hier, bestimmt guck ich das gerade, aber da ich die Kollegen nicht stören möchte, die lieben Kollegen, möchte ich doch meine Kopfhörer benutzen. Ja, Game Over. Ja, dieser Blick ist echt episch. Ja, ja gut, egal. Auf jeden Fall weitergehen, weitergehen, weitergehen. Ach, ich weiß gar nicht, Felszunnel-mäßig? Was ist denn, bitte? Komm, wir gehen da nochmal zurück. Ich will das Item haben. Natürlich die Tun... Hallo, Onyx. Äh, die Tunnel sind natürlich sehr, sehr angenehm, muss ich gestehen, weil man die Pocon halt diesmal sieht. Also, das ist ja... Hallo, Onyx, na? Wie geht's dir so? Okay, ich habe die Superbälle ausgewählt. Okay. Los, dann ich! Okay, ich bin tatsächlich bei dem Part rüber. Ich mache mal ein, zwei Minuten mehr. Wegen Kante, äh, wegen Apa. Ey. Du, 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 du. Du, 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 du. Hm. Irgendwie hat das Ding keine Lust. Ja, gut, dann ist es weg. Ja. Also die Höhlen sind ein bisschen angenehmer dadurch, weil man halt... Moment. Hallo, Galvat. Na? Willst du mein Pokémon sein? Mein Freund? Hey. Das war ein perfekter Wurf. Ha. Nochmal gut. Yay. Also irgendwie ist da gerade der Wurm drin, dann habe ich das Gefühl. Ey, das war... Das war schön. Der Wurf war schön. Der mir aber wahrscheinlich wieder nichts springt. Nein. Hm. Unglaublich. Unglaublich. Unglaublich, ey. Komm, da musst du jetzt drinnebleiben. Ja, irgendwie klappt das immer gut. Ich weiß nicht warum. Danke. Mann, Galvat. Nerviges Vieh. Gut. Ähm. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Wunderschön. Wunderbar. Wunderbar. Noch mehr Erfahrungspunkte. Ja, Leute. Ähm. Galvat wurde gefangen. Wunderbar. Noch mehr wunderbare Sachen. Galvat erzieht sich schnell und lautlos an. Mit seinem Spitzenohr. Zählt beißt es zu und sagt selber vom Blut aus. Ja, Leute. Ich will sagen, das wäre es für heute gewesen. Oh Gott, ein Gigawalk. X. So. Ähm. Speichern. Weg hier, weg hier, weg hier, weg. Ganz schnell weg hier. Ne, Leute. Ich will sagen, bis zum nächsten Mal von Let's Play. Let's go Pikachu. Und. Ja. Vielen Dank fürs Zerweißen. Bis dann und bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.